Die Gartensaison ist eröffnet. Im Moment ist alles grün. Und frisch und sieht super aus. Die Tulpen kommen auch schon raus. Und wir wollen natürlich, dass das das ganze Jahr über so bleibt. Und dafür brauchen unsere Pflanzen, unser Rasen, egal was wir im Garten haben, Wasser. Aber Sie wissen das auch. Pflanzen brauchen unterschiedlich viel Wasser. Und vor allem müssen sie regelmäßig bewässert werden. Und da gibt es zu Hause, nimmt man da einen Schlauch, geht raus. Das dauert immer eine Stunde am Abend. Oder man könnte ja sowas haben wie große Parkanlagen, automatische Bewässerungsanlagen. Das können Sie selber installieren. Das ist kinderleicht und zu einem absolut tollen Preis, Ralf. Ja, kinderleicht, toller Preis, hast du recht. Und unbedingt notwendig. Ja. Weil Sie haben es vielleicht gehört, der März soll der trockenste, nee, andersrum, der sonnigste März seit Wetteraufzeitung sein. Aber entgegen, wenn man das natürlich umdenkt, auch der trockenste. Es hat schon ewig nicht mehr geregnet. Was bei mir gefühlt im Januar und Februar ununterbrochen der Fall war, ist im März einfach nicht mehr da. Und jetzt pflanzen Sie Ihre Beete an. Ob das Salat ist, ob das Blumen sind, ob das vielleicht auch Erdbeeren sind oder ähnliches. Und die brauchen Wasser. Und jetzt haben wir natürlich die Mühe, was du gesagt hast mit der Gießkanne. Das ist schon mal sehr, sehr anstrengend. Oder auch mit dem Schlauch. Und es hat noch einen anderen Nachteil. Man gießt die Pflanzen, egal was es ist, von oben. Das heißt, ein Großteil des Wassers verdunstet, kommt gar nicht an, bleibt auf den Blättern und kommt eigentlich gar nicht runter in die Wurzeln. Das heißt, man braucht auch viel, viel mehr Wasser, um das Gleiche zu erreichen wie mit einem Bewässerungssystem. Und das hier ist der Grundstock zum Bewässerungssystem. Das ist ein Wasserschlauch, der ist recht dünn, aber wirklich genau ausreichend und 20 Meter lang. Und egal wie groß Ihr Beet jetzt ist, Sie können diesen Schlauch im Prinzip legen und jetzt punktgenau bewässern. Und das Einzige, was Sie noch zusätzlich brauchen, ist eine Schere. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Wir haben hier diesen Schnellverschluss. Den kann man auch in einer Länge machen, wie man will. Also ganz einfach an den Gartenschlauch oder an den Wasserhahn mit dem Schnellverschluss anschließen. Und jetzt können Sie den Schlauch schneiden bis zur ersten Wurzel, die Sie bewässern möchten. Und jetzt zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Bewässerungssystem fertig machen. Wir haben hier im Prinzip einen Adapter, den stecken wir hier auf den Schlauch. Und das einfach mit ein bisschen Druck, dann hält der auch, man braucht nichts Zusätzliches. So, dann setzt man die Verlängerung. Der Schlauch geht natürlich weiter, weil ich will das Ganze Beet. So, und jetzt habe ich hier einen Ausgang. Und diesen Ausgang, den kann ich jetzt regulieren mit einer kleinen Spritzdüse. Das sind insgesamt zehn dieser Y-Teile oder T-Teile, kann man sagen, und dieser Sprühdosen sind dabei. Und jetzt kriege ich das drauf und jetzt ist das Bewässerungssystem eigentlich fertig. Hier oben, durch diese Düse, das ist wie bei so Sprüh- oder Brauseköpfen, kann ich natürlich die Intensität, ich kann es von Tropfen über leicht beregnen bis richtig bewässern, einstellen. Und das Pflanze für Pflanze, Düse für Düse. Und jetzt habe ich genau dort, wo das Wasser hin muss, die Beregnung. Und zwar genau in der Stärke, die meine Pflanze braucht. Jetzt liegt so ein Schlauch, je nachdem wie lang er ist, liegt nicht immer eben, dann können es mal so Wellen geben. Klar, deshalb haben wir so kleine, ich sage mal wie Dietriche oder wie sagt man Heringe? Heringe sagt man dazu, Dietrich ist was anderes dabei, da kann man die also wirklich alle zwei Meter mal fixieren und dann verschwinden sie eigentlich auch im Erdreich. Aber das ist das Wichtigste. Dort, wo die Wurzel ist, kommt der Bewässerungspunkt hin. Ob du benebelst, ob du richtig Wasser gibst, kommt auf die Pflanze an. Manche brauchen viel, manche brauchen wenig Wasser. Ja, aber da sehen wir es. Und ob du jetzt, ob die zwei Wurzeln 20 Zentimeter oder zwei Meter auseinander sind, spielt auch keine Rolle. Weil sie haben mit einer Schere die Macht, das eben genau so einzusetzen, dass es punktgenau ist. Und hier mit 20 Metern Länge kann ich also schon mal ein richtig schönes, das ist 10 Meter hoch, 10 Meter runter. Ja, also oder 4 mal 5 Meter, wie auch immer, wie groß ihr Beet ist. Wir haben gleich noch mal doppelt so Großes, wenn Sie ein großes Beet haben, wenn Sie viel Gemüse oder Blumen oder anderes anpflanzen. Aber das hier ist so die Grundausstattung, nochmal zum Ausprobieren, genau richtig. Jetzt habe ich vorne natürlich den Ansatz recht kurz. Das würde ich machen, wenn ich einen Schlauch hätte. Ich kann das aber auch direkt hin bis zum Wasser, bis zum Wasseranschluss reinstöpseln, Wasser aufdrehen und schon kommt die perfekte Bereicherung. 20 Meter Schlauch und wirklich kinderleicht, Sie haben das gesehen. Einfach zurechtschneiden von Wurzel zu Wurzel, wie lange Sie es brauchen. Und dann eben regulieren, ob ich lieber feinen Staub haben will oder richtig viel Wasser. Hängt halt von der Pflanze ab, die man braucht. Es ist auch variabel noch, man kann es ja auch versetzen wieder, weil es halt mit diesen Erdspießen drin ist. Wenn man Gärtner beauftragt, so etwas zu machen, dann buddelt der erst mal Kanäle, wo diese Schläuche drin sind. Da kommen dann diese Sprinkler raus. Das hier können Sie selber machen. Wir haben das auch noch größer für größere Gärten. Genau, das liegt jetzt bei Monika. Monika, du darfst ruhig mal diese Zubehör-Tasche mit reinnehmen. Das ist jetzt nämlich 136-teilig. Und hier können Sie natürlich sprinkeln, zerstäuben. Sie können tröpfchenweise machen. Das Ganze mit den Anschlüssen. 40 Meter Schlauch. Wir sehen hier auch wieder diese Heringe. Also das ist perfekt. Übrigens eine Anwendung zusätzlich noch, die man hier nutzen kann, ist, du kannst sogar die Terrasse hier mit einem Sprühnebel, also mit einem Luftbefeuchter, das ist unglaublich angenehm. Wer das mal gesehen hat in so Alleen oder in Parkanlagen, da hast du oftmals in so einem Rundbogen hast du so eine leichte Sprühnebelaktion, was dann im Sommer unglaublich kühl ist. Das können Sie hiermit sogar auch bauen. Egal, ob das die Pergola ist, ob das ein Rosenbogen ist oder ähnliches. Aber natürlich haupteig, am Boden fast unsichtbar, Ihre komplette Pflanzenwelt mit dem richtigen Maß an Wasser zu versorgen. Wir sparen Wasser. Wir sparen jede Menge Arbeit, weil das ist einmal gemacht. Und dann jede Pflanze dementsprechend die Sprühdüse drehen. Wie viel Wasser braucht die Pflanze? Und dann müssen Sie nur noch, wenn Sie bewässern wollen, einmal den Wasserhahn aufdrehen. Lassen Sie das eine halbe Stunde, Stunde. Vielleicht haben Sie da sogar einen Zeitschalter dran. Aber warum müssen Sie das auch nicht mehr machen? Und dann ist es perfekt. Das System ist ja genial, ne? Ich versuche das selber mal hier. Also einfach hier aufschneiden. Genau. Hier ist jetzt meine nächste Wurzel. Dann mache ich diesen Verteiler ran. Richtig. Beide Seiten hier. Bisschen reindrücken, klar. Bisschen reindrücken, genau. Da ist so ein Widerhaken, wie ein Widerhaken dran. Ah ja, jetzt habe ich es. Also das hält auch von alleine auf dem Wasser. Dem Wasserdruck hält es stand. Das ist ja auch wichtig. Auf der anderen Seite den anderen. Und dann setze ich einfach meinen Pröppel oben rauf. Genau. Jetzt müssen Sie nur schauen, wie viel Beet habe ich. Das ist ja irre. Das erste Set war 20 Meter in 10 Düsen, also 10 Bewässerungspunkten. Und jetzt beim großen Set haben wir 40 Meter und insgesamt 136 Teile, die ich jetzt verteilen kann. Also ich finde das System wirklich genial und löst jetzt im Prinzip die Gießkanne oder den Gartenschlauch komplett ab. Ist ja echt der Hammer, ne? Also es ist so simpel und so genial und einfach gemacht hier. Schauen Sie mal, mit dem Erdspieß, den ich dann da reinsetze. Und dann kommt das Wasser von dem Schlauch, den Muni hält, hier einfach in die Pröppel rein. Das kann ich so viele machen, wie ich will. Also hier das eine ist 23-teilig, die Bestellnummer hatten Sie gesehen. Und dieses hier ist sogar 136-teilig. Alles drin, alles dran. Da sehen wir mal die ganzen Teile. Boah, das ist doch ein Quarteiler sogar mit dabei. Da kann man in zwei verschiedene Richtungen vom Wasserhahn gehen. Genau, also auch wieder so ein Y-Stück, wo man sagt, wo du wirklich, auch wenn die Beete nicht direkt nebeneinander fährst du links ins eine, rechts ins andere. Also es ist perfekt. Dann natürlich auch die Heringe, um das im Erdreich auf dem Boden zu lassen. Sie können sogar über den Schlauch ein bisschen Erde drüber machen, dass man überhaupt nicht mehr sieht. Das ist ja kein Problem. Die Bewässerungsdüsen müssen natürlich ein Stückchen rausschauen, egal ob sie tropfen sollen, ob sie sprengeln sollen, ob sie sprühen sollen. Das stellen Sie ja ein. Aber dann ist es perfekt und dann nur noch den Wasserhahn aufdrehen, wenn bewässert werden soll. Hier sehen wir natürlich, damit man auch sieht, was da verlegt ist, den Schlauch. Aber den muss man nicht sehen. Und da sehen wir jetzt aber links noch etwas. Du kannst sogar auch den Aufsatz für die Düsen verwenden, um den Schlauch nochmal in eine andere Richtung abzuzweigen. Das geht genauso. Also man kann auch um die Ecke. Also es ist hier wirklich alles dabei. Und ganz egal, wie Ihr Beet aussieht, auch wenn es kreuz und quer und ein bisschen zickzack geht, kein Problem mit diesem Bewässerungssystem. Sie müssen sich jetzt nur überlegen, habe ich ein kleines Beet, reicht mir 20 Meter mit 10 Bewässerungsdüsen? Oder will ich wirklich für alle Eventualitäten bereit sein? Und dann nehme ich das große Set, das wir jetzt nochmal sehen. Und da sehen wir einmal diese Besprühung, also ganz leicht. Und einmal das richtige Bewässern mit richtig viel Wasser. Liegt natürlich auch an der Temperatur, die man gerade hat, wie lange war es schon trocken. Und natürlich auch an der Pflanze. Aber eins ist sicher, langfristig über das Jahr sparst du unglaublich viel Wasser, weil es eben nicht mehr verdunstet. Ja, und vor allem, es macht Spaß, das zu machen. Das ist ja wie diese Baukästen, die man früher hatte als Kind. Das hat mich wirklich daran erinnert. Das macht richtig Spaß. Es ist richtig einfach, das zu machen. Wir haben hier das 136-teilige Set mit der Bestellnummer ZX7009-569. Sie können das selber machen, machen Ihr eigenes Bewässerungsset individuell für Ihren eigenen Garten, ohne ein Gartenpflegeunternehmen anrufen zu müssen hier. Genial, es ist richtig genial, macht Spaß, sieht toll aus, ist praktisch, spart Ihnen Zeit und rettet Ihre Pflanzen. Also, ran ans Telefon, es gibt keine Entschuldigung und bestellen sich Ihr Gartenbewässerungssystem. Viel Spaß.